Das sind die schwebenden Schwerter. Was war mit den Statuen? Die Neuen werden meine Ruhestätte bewachen, doch. Einer der Neuen fehlt. Nehmt seinen Platz... Was? Nehmt seinen Platz ein und schließt euch mir an. Okay. Ähm, ich glaube wir müssen an einem bestimmten... Also dieses Rätsel habe ich beim ersten Mal nicht hinbekommen. Dann wurde ich angegriffen und musste kämpfen. Das war natürlich... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Es sind doch neun. Zehn? Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Es sind zehn. Kann man mit den Schwertern sprechen? Ich versuch's mal. Also ich werd davor mal wieder speichern. Bis gleich. Das ist hier ein Geschnipsel. So, was bist du? Koneth, sechster der Neuen. Sein Blut war unrein, doch niemand zweifelte hier an seinem Herzen. Sos, fünfter der Neuen. Drei Drachen konnten ihn nicht töten. Erster Verrat des vierten. Was? Du würdest vom vierten Wächter verraten? Tras hier. Vierter der Neuen. Sein Tod als Verräter entlässt ihn nicht aus dem Dienst. Aha. Flurth Hebel. Flurth Hebel. Dritter der Neuen. Sie gebar... Was? Sie gebar nie ein Kind, aber... War aber die Mutter der Neuen... Neugeborenen... Des Neugeborenen Nierwitter. Okay. Galavren. Zweiter der Neuen. Der Einzige, der sich das... Der sich an das nicht erfüllte Versprechen erinnert. Ja, das wäre was. Telven. Erster der Neuen. Wir werden nicht ruhen, bis sein Schwert an seinem rechtmäßigen Platz liegt. Aha. Das ist das Zeremonienschwert wahrscheinlich. Aber wo ist sein rechtmäßiger Platz? Truhe. Truhe. Hat jeder eine Truhe von euch? Slade. Letzter der Neuen. Leider war ein erster... Sein erster Tag, sein letzter Kampf. Tja. Tampo. Achteter der Neuen. Der jüngste von uns, der uns alle jung hielt. Aha. Hm. Ne. Halien. Siebter der Neuen. Seine Brust fing... Äh... Ein Illusk-Pfeil, der für mich bestimmt war. Tja, das ist ja nett von ihm. Konef, sechste der Neuen, sein Blut war unrein, bla bla bla, das kennen wir ja. Ähm, was machen wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Schwerter. Ähm, kann man mit denen reden oder... Ergriffen? Hallo? Okay. Hm. Was passiert jetzt, wenn wir... unser Schwert da hinlegen? Und das... Zeremonienschwert fallen lassen? Na. Nicht wirklich, ne? Ja, wie machen wir das? Ich weiß es wirklich nicht. Wenn wir das öffnen, dann werden wir gleich niedergerannt. Untersuchen. An dem Gegenstand ist nichts Besonderes. Äh. Was ist, wenn wir hier hingehen? Dann werden wir wahrscheinlich gleich angegriffen, oder? Allerdings habe ich das Schwert hier in der Hand. Ach! Kann ich ihm das Schwert geben? Wir versuchen es mal. Langschwert nicht identifiziert. Zepter von Nii. Tauschen wir das Schwert vielleicht mal aus. Ähm. Ich öffne mal das Inventar. Und versuche das mal. Aber ich glaube nicht. Segen des Morgensterns. Oh oh. Die Neuen sind versammelt und mir bleibt noch eine Pflicht. Ich vermache das Zepter von Nii, dem neuen Herrn der Burg. Nii. Ah. Wow. Ich glaube, ich habe mal das Rätsel gelöst. Ja, die Schwerter sind weg, sonst würde ich immer angegriffen. Hey. Wow. Super. Habe ich doch was gelernt. Bin ich immer so dumm geblieben. Start mal wieder die Uhr. So geht das ja nicht. Huh. Bei drei Rätseln versagt. Den Rest haben wir geschafft. Äh. Ohne euch anzugreifen. Das ist ja nett. Bringt es ihm und auf das der Nii Winter damit vor seinen wilden Feinden beschützen möge. Sehr gut. Das Zepter. Was kann es denn? Das Zepter von Nii. Achso. Das Zepter von Nii wurde von Lord Haluef Nii erschaffen und genutzt, um die magische Verteidigung der Burg zu steuern. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir hier durch. Ich frage mich aber, ob wir hier noch ein bisschen plündern können. Das ist unsere Art, die Treue zu zeigen. Wir können ja Fallen entschärfen. Wir sind ja gut da drin. Ja, gegen Ende ist es ja dann noch richtig spannend geworden. Ich fürchte, diese Last ist zu viel für mich. Oh Mann. In die nächste Truhe legen wir irgendwas, was schwer ist. Bei der Frage stehen geblieben, wie ihr umzieht. Seid ihr schon mal umgezogen? Seid ihr viel umgezogen? Ähm. Das macht doch mal auf. So, was legen wir denn hier rein? Wir haben 1000 Bücher. Ein Ork-Medaillon. Dass wir irgendwie nicht hier gar Gülemhorn-Kanze haben. Eisengolem-Fragmente. Den Elfenkettenpanzer würde ich, wenn dann, höchstens verkaufen wollen. Und dann haben wir noch Liebeswerkzeug plus 10. Ich meine, das ist zwar super, aber es ist schwer. Es ist super schwer. Soll ich mal sagen. Ja, wir plündern hier noch ein bisschen weiter und gehen mal ein bisschen nach Sinnhaftigkeit der Ausrüstungsgegenstände. Und ich freue mich gerade richtig. Wow, sehr schön. Sehr gute Zauber zum Teil. Sehr, sehr gut. Ähm, dass ich das Rätsel geschafft habe, weil ich es wirklich davor immer vergeigt habe. Bis ich das ihm jetzt mal in die Hand gelegt habe. Sehr schön. Ich meine, es hat ja auch einen Sinn. Wie höchst du diese Last? Ist ja so viel für mich. Ich gucke mir die Rüstung gleich an. Vielleicht ist sie ja gar nicht so toll. Irgendwie Kettenpanzer plus 1 oder so. Ach, Spiegelrüstung später. Ist doch die Spielzeugrüstung für deinen kleinen Spielzeugsoldaten. Ja, ja, ja. Sudele. Also hier, Schurke ist wirklich sehr praktisch, weil sonst würde man hier stehen und könnte die ganzen Truhen nicht öffnen. Das wäre sehr schade. Spiegelrüstung. Was macht die denn? Die sehen natürlich episch aus. Rüstungsbonus 4. Zauberpanzer 20 wieder. Rüstungsbonus 3. Zauberresistenz. Ich glaube, da würden wir wirklich ein bisschen was für bekommen. Der Magierverbündete. Hm. Ach, eine 4. Rüstungsdolch. Aber man hat Bonuszauber. Wißt du, 3? Das ist natürlich genial. Vielleicht tauschen wir dann ein Schwert gegen einen. Wir haben das Zeremonienschwert ja nicht mehr. Jetzt haben wir Bonuszauber. Ähm. Ne. Äh. Zauberbuch. Ja, sehr schön. Gut. Feuerklingen sind natürlich auch gut. Schwache Kugel der. Ich weiß nicht was. Grad 1. Wo ist es denn? Ja. Grad 2. Grad 3. Machen wir es mal. Entzünden. Und Grad 3. Standort vortäuschen. Ne. Wer ist mit dem Blitz? Dürfen die anderen halt nicht reinrennen. Sehr gut. So, das nehmen wir alles. Und dann. Ruckel die Ruckel ist etwa die Festplatte voll. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ach, wir sind immer noch überladen. Müssen wir gleich was ablegen. Hallo ist nie. Ich gucke gleich mal, wie der gepixelt ist. Ein Ring. So, das interessiert mich noch. Du kannst ihm mal noch deine Ehre erweisen. Wie wär's denn mit... Du kannst doch Gesten, oder? Ja, hier Gesten. Verbeugen. Ja, verbeugen uns vor Haloeth nie. Und... Ja. Sieht er aus wie eine Frau. Vielleicht ist das auch eine Frau gewesen. Ne, nicht wirklich, oder? Ne. Ist er ein Elf? Tschüss, Konservierter Lord. Hab gern für dich gekämpft. Wir können relativ schnell laufen, dafür, dass wir gepackt sind. Oder wir gleich uns wieder in einen Kampf stürzen müssen. Werde ich mal zusehen, dass ich vielleicht ein paar Dinge loswerde, die ich nicht so gebrauchen kann. Pfeile zum Beispiel. Normale Pfeile. Wir brauchen das schon. Ähm... Ehrenstärke könnte ich auf mich zaubern. Dann könnte ich wenigstens noch ein bisschen kämpfen. Ich glaub, das werd ich auch machen. Auf dich. Okay. Kumulativ, oder was? Es nutzt nichts. Okay, dann ist unsere Bewegungs... Was? Ach ja, Giffen wird gewiss von diesem Ort erfahren wollen. Ja, gerne. Das glaub ich auch, dass es ihn interessiert, denn mir war denn hier schon mal niemand. Ich werd mal kurz speichern. Wir sehen uns gleich wieder. Dann hab ich mir ganz kurz Sorgen um den Speicherplatz auf der Festplatte gemacht. Nur um festzustellen, dass ich noch 1, ich weiß nicht, was Terabyte drauf habe. Also alles no problem. So, mal sehen, ob wir diesen Kampf überstehen. Dieser Schattenschnitter scheint ein schwerer Gegner zu sein, aber halt bestand. Die Verstärkung naht. Wenn sie durchkommt. So, ah, jetzt sind wir hier auf dieser Seite. Sehr schön. Auf zum Thronsaal. Im Schneckentempo. Wir werden hinter dem Thronsaal aufsteigen. Auftauchen. Wo hab ich denn? Ah, von hier aus. Schattenschnitte. Dein Gesicht ist ein bisschen angeschnitten. Spezialfähigkeiten. Was haben wir denn? Ah, sehr schön. Leuter Neuva. Wie wär's denn damit? Ha. So, ich selber werde auf mich glänzender Schild wirken. Weil ich den so mag. Wow, das ist der richtig reingehauen. Das ist gut. Das ist fein. Das kann gerne so bleiben. Oh, aber der macht irgendwie Dauerschaden gerade bei mir. Oder war das nur eine Illusur? So, was haben wir denn hier noch? Besänftigenes Licht. Leuter Neuva. Vielleicht auch nochmal. Oder war die bei mir? Ach, ich krieg grad Säureschaden, oder wat? Das ist natürlich nicht schön. Ja, steht da nur rum und guckt zu, wie ich hier Auge in Auge mit dem Schattenschnitter kämpfe. Vielleicht sollten wir mal hier raus. Nee, können wir aber nicht. Dann gehen wir ein bisschen zurück, damit wir wenigstens epische Kampfszenen zeigen können. Was haben wir denn hier noch? Besänftigenes Licht. Aurora Blitz. Ja, komm. Yeah. Hat ihm nichts gebracht. War das besänftigendes Licht mit dem gesteigerten Dings? Ja, genau, mit gesteigerten Regenerationen. Nee, Schadensresistenz. Okay, schade. Aber wir haben ja noch viele schöne Zauber. Zum Beispiel das hier. Und das hier. Und hoffen, dass wir gut überleben. Bis jetzt sieht's aber nicht so aus. So, vielleicht renne ich hier mal vorbei. Komm. Ach nee, vorbei rennen ist ja nicht. Habe ich vergessen. Verdammt. Äh, was haben wir denn hier noch schönes im Gepäck? Haben wir Heilung? Heilung wird Premium. Wäre super. Leichte Wunden heilen, ja. Wird voll viel bringen. Schwere Wunden heilen. Komm. Nein. Schade. Gut. Schattenschnitter Versuch Nummer 1. Gleich sehen wir uns bei Versuch Nummer 2. Bis gleich. So, ich habe mal ein paar Dinge fallen lassen. Ja, keine Worte. Nein, nein. Diesmal rennen wir mal... Nee, wir wollen ja nicht hineinziehen in unseren Kampf. Diesmal werden wir... Kommt ja jetzt? Mordokils Schwert beschwören. An genau dieser Stelle. Ha. Sehr schön und es wird uns hoffentlich verteidigen. Ist die Tür noch zu oder was ist hier? Ja, die Tür ist noch zu. Okay. Ach. Er macht sich schon selber auf. Er öffnet sich selbst. Das ist ja nett. So, läuterne Nova hauen wir ihm rein. Ja, war's gut. Ha, sehr schön. Und wir treten dann einen Schritt zurück. Und sehen zu, wie er verbrennt. So, haben Sie Flammenstäbe auspacken. Was ist mit euch los? Wieso seid ihr umgefallen? Höh, wo ist er denn hin? Sie schicken Assassinen. So kämpft dieser Feind. Mit Schatten anstatt mit kaltem Stahl. Wie findest du mein Schwertchen? Äh, geht es euch gut? Ich bin unverletzt. Allerdings hätte ich die Männer an den Mauern und in der Feste sehen müssen. Dieser Fürst der Schatten. Seine Streitmacht ist mächtig. Ist das das Zepter von Nie? Zeigt es mir. Ich habe gehört, das Zepter würde in der Erde ruhen. Aber niemand konnte Lord Helluerts Cruft je betreten. Offenbar haben die alten Alarme der Feste den Weg geöffnet. Mhm. Mit diesem Zepter kann ich vielleicht einige der ältesten Geheimnisse der Burg nie lüften. Offenbar hatte dieser Überraschungsangriff doch etwas Gutes.